Hallo, ein kurzes Referenzvideo zu den drei Wörtern Hypertonik, Hypotonik und Isotonik. In diesem Beispiel an einer Zelle. Hyper heißt mehr oder über. Das bedeutet, dass mehr Salz außerhalb der Zelle ist als innerhalb der Zelle. Und das sorgt dafür, dass Wasser nach draußen gesogen wird. Und das sorgt wiederum dafür, dass die Zelle einschrumpelt. Hypo heißt weniger, gerade in dem Zusammenhang, oder unter. Das bedeutet, dass weniger Salz außerhalb der Zelle ist als innerhalb der Zelle, wie man hier sieht. Und dadurch zieht sich das, wird das Wasser in die Zelle reingezogen. Dadurch bläht sich die Zelle quasi auf wie ein Luftballon. ISO heißt gleich. Und ja, Isotonik ist dann, dass genauso viel Salz innerhalb der Zelle ist, wie außerhalb der Zelle. Die Zelle verändert sich also nicht. Es gibt keinen Wasserfluss. Deswegen sind ja angeblich auch die isotonischen Getränke so gut. Das soll es schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen.